Natalia will öffentlich machen, dass sie gegen ihn ist. Wladimir Putin. Die 19-jährige Russin geht durch ihre Exilheimat Berlin und verbreitet Sticker, deren Inhalte sie zu Hause in Russland ins Gefängnis bringen könnten. Wie fühlt es sich an, eine Landesverräterin zu sein? Gerade ist Putin vereidigt worden. Seit fast 25 Jahren regiert er Russland und immer autoritärer. Deshalb hat Natalia, wie viele Russen ihr Land verlassen müssen. Wir wollen ein friedliches Russland. Wir wollen Demokratie in Russland. Wir wollen, dass die Menschen in Freiheit leben und keine Angst haben müssen, ins Gefängnis zu kommen. Zusammen mit ihren Mitstreitern vom Nawalny-Team in Deutschland zieht die Aktivistin durch Berlin. Ich denke, wir haben jetzt die Verantwortung, das zu stoppen, bevor Putin die ganze Welt in die Luft jagt. Die große Hoffnung der jungen Russinnen und Russen ist die Witwe Alexej Nawalny's. Nach seinem unaufgeklärten Tod in einem Straflager in Sibirien folgen seine Anhänger nun offen bei ihr, Julia Nawalny's. Julia, wir sind mit dir. Danke euch. Danke, dass sie die Mission ihres Mannes fortsetzen. Er gab uns Hoffnung. Mit ihnen kommt sie jetzt wieder zurück. Ob in Berlin oder in Brüssel, Nawalny erwerbt unermüdlich für die Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Putin-treue russische Politiker, die im Ausland Immobilien besitzen. Rund 7000 Namen hat ihr oppositionelles Netzwerk in einer Liste zusammengetragen. Sie will nun wirtschaftlich und politisch Druck machen, aus dem Exil. Was ist ihre Botschaft an das russische Volk? Sei tapfer. Eines Tages, sehr bald, werden wir siegen. Daran arbeiten auch Natalia und Nawalny's Team Deutschland. Aufklärungskampagne aus dem Exil. Guten Abend. Ich heiße Natalia. Ich bin von einem russischen Umfragedienst. Hätten Sie eventuell Zeit für mich? Nur wenn es schnell geht, sprechen Sie. Danke sehr. Natalia ruft Menschen irgendwo in Russland an, spricht mit ihnen über den Krieg in der Ukraine, seine Opfer, seine Kosten. Wir argumentieren sehr vorsichtig gegen die russische Regierung. Viele Leute waren offenbar noch nie mit einer anderen Meinung konfrontiert. Wir wollen sie zum Nachdenken bringen. Das ist mühsam, weiß auch Dima. Viele haben Angst. Wer in Russland die Armee und ihr Vorgehen in der Ukraine kritisiert, riskiert für mehrere Jahre ins Gefängnis zu kommen. In welcher Stadt leben Sie? In Mahatschkala. Eine junge Frau war dran. Ich habe angefangen, mit ihr zu sprechen. Ihr Mann kam und sagte, das interessiert uns nicht. Aber sie meinte davor, dass ihr vor allem die medizinische Versorgung und die Spezialoperation Sorgen macht. Das Team versucht, Ansatzpunkte zu finden, obwohl Opposition aus dem Exil unglaublich schwierig ist. Ihr Vorbild ist Alexej Nawalny, Putins bekannteste Rivale, als er noch in Freiheit und am Leben war. Man darf nicht aufgeben. Für den Triumph des Bösen braucht es nichts weiter, als dass die guten Menschen untätig bleiben. Bleibt deswegen nicht untätig. So machen sie weiter im Exil. Am schönsten wäre es, wenn es nicht nötig wäre, diese Sticker zu kleben. Wenn es keinen Krieg gäbe und keinen Putin. Wenn Russland schon vor langer Zeit einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber das, was geschah, kann man nicht rückgängig machen. In Julia Nawalny sehen sie die neue Ikone der Opposition. Nawalny, so hoffen sie, könnte alle einen, die noch immer bereit sind, für ein freies Russland zu kämpfen. Sie werden einen langen Atem brauchen.